Nicht jeder hat von Natur aus eine Traumfigur. Und so rennen wir ins Fitnessstudio, stehen an Maschinenschlangen, die im Mittelalter jede Folterkammer verschönt hätten, und stemmen Gewichte, bis die Gelenke knacken. Jung, kraftvoll und dynamisch wollen wir sein, mit einem Bizeps, so groß wie eine Ananas. Aber so ein Muskel nützt gar nichts, wenn er nicht vom Gehirn bewegt wird. Bleibt ganz ruhig sitzen und schlaft. Ich spreche nur mit euch, wenn ich mit meiner Hand eure Schulter berühre. Aufwachen. Hallo. Sag mal, ich glaube, du bist ganz gut durchtrainiert. Du siehst ziemlich kräftig aus, oder? Ja. Ja? Dann kommen wir bitte mit. Wir haben hier einen Abendrucktisch, so einen richtigen alten Wirtshaustisch. Setz dich doch mal hier auf den Stuhl. Das legen wir einfach mal hier ab. Ja, und schlaf. Bleib ganz ruhig sitzen und schlaf. Wenn ich dich gleich wieder wecke, wenn ich dich gleich wieder wecke, dann wirst du in deinen Armen überhaupt keine Kraft mehr haben. Du wirst schlaff sein wie ein alter Putzlumpen. Und das hält so lange an, bis ich dich wieder in den Schlaf versetze, dann wird alles wieder ganz normal. Aufwachen. So, und du bist bereit für einen richtigen Kampf? Ja. Dann möchte ich dir die Weltmeisterin im Armdrücken vorstellen. Meine Damen und Herren, Lotti Huber. Vielen Dank, Frau Huber. Ich freue mich, dass Sie hier sind bei uns. Ich darf Ihnen Ihren Gegner vorstellen. Und ich bitte Sie, Ihnen gegenüber Platz zu nehmen. Hallo, ein schöner Mann. Also ich habe mich so gefreut. Ja, wirklich. Ich wollte, ich habe gesagt, ich bin extra aus Berlin gekommen, gesagt, ich will einen richtig starken Mann treffen, der mich erotisiert, der mich begeistert. Und da sitzt er nun. Vielen Dank. Und jetzt müssen Sie den guten Mann auch noch flach machen, ne? Ja, ich werde sehen, ob er mich flach machen kann. Darf ich Ihnen helfen? Das ist ja auch was Schönes, ne? Darf ich Ihnen helfen, so ein bisschen näher an den Tisch rutschen? Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Okay, dann würde ich sagen, den rechten Arm bitte hoch. Gib mir mal deinen schönen Arm. Okay, so. Aha. So. Und noch nicht anfangen. Erst, wenn ich es sage. Erst, wenn ich es sage. Und dann, weißt du, du kennst doch das Spiel. Ja? Ja, und keine Hemmung. Nee. Denk nicht etwa, weil ich eine Frau bin, dass du sanft sagen musst. Nee, nee. Ich gebe das Kommando. Ich bin kein Masochist. Ich liebe die Stärke eines Mannes. Ich schaffe es. Du schaffst es. Achtung, Konzentration, nicht mehr den Begegner in Angst reden. Nein, nein. Konzentration. Auf die Plätze. Fertig. Los. Marsch. Ja, ja. Entschuldigung, dass ich mich einmische. Also ich muss den jungen Mann irgendwie ein bisschen in Schutz nehmen. Aber so ein schlappes Hemd. Guck mal her, wir gehen mal da drüber. Du kannst alles wieder gut machen. Wir zeigen den Leuten jetzt mal, was du für Kräfte hast. Ja, komm. Ich will auch aufstehen, ne? Ich komme gleich, ja. Guck mir das mal an. Ja. So, wir haben hier vorne ein Gewicht liegen. Weißt du, wie man damit umgeht? Ja. Ja, hier so und dann hochstemmen. Einmal bitte kräftig hochstemmen. Mann, bist du ne Lusche. Pass mal auf. Husch, husch. Lass mal die Leute ein. Komm mal hoch. Habt ihr hier Kreide im Haus? Du warst doch wegen meiner Hände. Brauchst du deswegen Kreide? Ja, geh doch so. Geh doch so. Lass mal. Okay. Achtung, fertig, los. So einfach ist das nicht. Geh mir denn? Geht's doch nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Die Frau trainiert halt ihr Leben lang. Jotti. Jotti, kannst du noch? Gib's ihm. Vorsicht. Gib's ihm. Gib's ihm in die Arme. Vorsicht. Gib's ihm hier. Ja, komm her, du schlappes Hemd. Halt's mal. Moment mal. Also fast hätte der mich zu Boden gerissen. Ja, das darf's doch nicht wahr sein, ne? Das ist ja eine fürchterliche Sache. Was machen wir jetzt mit ihm? Wegtragen. Ich will ihn überhaupt nicht mehr sehen. Du wirst ihn gar nicht mehr sehen. Ja, ich war eigentlich überzeugt, dass ich die Lotte Huber schlage, im Arm drücken. Und dann mit dem Gewicht, das war so, weil man mir 200 Kilo in die Hand drücken würde. Und dann hat's mich einfach umgenommen. Und dann mit dem Gewicht. Untertitelung des ZDF, 2020